Willkommen zu einer neuen Folge von Hearthstone. Diesmal spiele ich mit einem Druiden-Deck. Boah, play, ne? Nicht lange rumfackeln, lieber mehr spielen. Ja. Mal gespannt. Ah, Tor gegen Hunter. Spiele ich gerne mit Druiden gegen Geiger. Okay, die Karte brauche ich jetzt noch nicht. Die ersetze ich mal. Ja, doch. Lässt sich schon was anfangen mit der Kartenhand. Gerade diese Karte finde ich immer sehr schön, junge Priesterin. Und mit der Kombination mit dieser Karte, vielleicht Spott, kann man da ganz schön was... Kann man schon viel am Anfang machen. So. Alles kaputt machen. Ich mag dieses Ding am wenigsten von allen. Weil hier gibt es kein Katapult, hier gibt es kein Feuerzeug. Hier gibt es gar nichts. Oh, mein Zug ist fertig. Die spalten wir wieder mal auf. Weiß nicht, ob es so schlau ist, aber ich finde es immer praktisch. Wenn man später noch was über hat. Ich brauche noch eine Runde. Danach mache ich eine nette Kombo. Und zwar wird das mal eine Tankkarte werden. Komisch eigentlich, ne? Elfenbogenstütz war eine Tankkarte. Aber doch, ich glaube, ich ziehe das ganz gut hin. Ah, hier kauft der spielende Karte. Aber es ist irgendwas mit einem Leben. Aber naja, gut. Scheiß drauf. So. Diese Karte. Angreifen. Diese Karte. Dieses Kärtchen. Und bam. Und da die jetzt immer noch mal ein Leben bekommt durch meine Priesterin. Ja, kann ich auch schon mächtig werden. Das war relativ schnell zerstört, aber es hat eine nette Anfangskombo. Was relativ wenig kostet. Und man hat halt wenigstens schon mal ein bisschen was auf seiner Seite. Und jetzt macht es kaputt. Ja. Das kann ich nicht mehr machen. Und ich habe wenigstens noch mal eine eigene Karte. Weißt du, was ich nämlich jetzt mache? Nämlich diese Karte, die ich noch habe. Spiel ich aus. Und rufe. Dieses Kärtchen. Also ich habe auf jeden Fall schon mal ein gutes Early hier. Aber es mag nichts heißen. Weil gerade Jäger haben so viele Fallen, die mich einfach... Ja, die mich einfach fertig machen werden. Weil ich... Ja, ich traue mich einfach nicht anzugreifen. Ja, siehst du? Da haben wir schon. Ich habe gerade eben gesagt. Könnte sein, dass meine Karte zerstört wird, dass alle meine Karten Schaden bekommen. Und so weiter. Kann ich nur hoffen. Aber gut. Die Frage ist, ich spare es mir mal auf. Weil ich weiß nicht, was er vorhat. Geheimnis. Ah. Gut. Gut, dass ich es nicht gespielt habe. Weil sonst hätte ich schon Leben verloren bei der einen Karte. Ah ja, gut. Halb zu wild, das ist überhaupt nicht schlimm. Ja, komm, spiel. Ja, komm, spiel, spiel. Ja, die Karte ist nicht schlecht. Sogar recht gut, aber... Tut mir leid, die ist schon kaputt. Vielleicht nochmal die gleiche Karte bekam. All diese Hygienen, aber naja, gut. Die Gerechtigkeit wird sie. Ich werde sich auf jeden Fall die Zähne mit der Hygiene und meinem Tank ausspielen. Der wird sogar da noch ein Leben hinterher. Falls er die mit der Hygiene angreift. Dem haben ja nur vier Schaden und ich habe ja fünf Leben mit meinem Tank. Was hast du vor? Hm? Komm, spiel. Go, go. Wir haben hier ewig Zeit. Arena muss sie ja auch noch spielen, habe ich auch schon gesagt. Aber ja, ich frage mich ab. Okay. Okay. Schade. Ah, naja, gut. Kann passieren. Okay. Lasst mich nachdenken. Nachspielen, nachdenken. So, das. Danach holbe ich die und ich ziehe eine Karte. Dafür mag ich nichts Hässliches. Ja, gut. Ist okay. Alles noch im Rahmen. Alles noch drin. Trotzdem fühle ich mich gerade ein bisschen unbehagen hier. Aber ich habe hier noch meine Nordfallkarte. Diese Karte hier. Welche ich auf Spott legen. Aber er hat halt auch noch ein Schiffchen. Ich hasse diese Karte. Ich lasse die Runde lang. Ich, eklig. Er wird auf jeden Fall knapp. Falls ich noch gewinnen sollte. Aber ja, man will den Tag ja nicht vor den Abend bleiben. Wo soll ich zuschlagen? Wo kommt das? Schoo. Dieblich auch aus. Und ja. Muss ich hoffen. Ich glaube, ich halte in fünf Zügen und rein theoretisch töten. Weil ich habe noch... Doch, ich habe ein Heal. Also sechs Zügen töten. Aber naja, gut. Arschloch! Mensch. Ja, dieses Spiel werde ich wahrscheinlich verlieren. Schade, schade. Bastard, ey. Ah, nur weil er Glück hatte, ey. Ja. Gut verstillt. Ja, schade. Guck, mein Druidendecke ist noch nicht so ausgereift. Aber was soll's. Werden wir noch? Platin 2. Oder bin ich noch Platin 2? Ja. Ja, bin ich noch. Ein Glück. Ja, dann. Bis zur nächsten Folge. Vielleicht diesmal mit mehr Glück. War ein relativ schnelles Match. Vielleicht hängt jetzt noch eine Folge dran. Wer weiß. Wer weiß. Oder ich lade gleich mehrere Folgen auf einmal hoch. Blabla und so weiter. Bye, bye. Bye, bye. 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 Vielen Dank.